Moin Moin und herzlich Willkommen zu einem neuen Video einer Ü-Ei Figur wieder aus dem Jahr 2013 und diesmal aus der Serie die Schlümpfe 2 ein oranges Ei ja ich habe ein oranges Ei dabei gehabt schauen wir einfach mal nach was hier drin ist es ist wie man an den goldgelben Haaren schon erkennen kann die liebenswerte Schlumpfine und Schlumpfine kommt als Ganzes daher also sie ist nicht etwa geteilt in zwei oder drei Hälften sondern Schlumpfine ist im Ganzen erschienen so einmal kurz der Beifachzettel Warnhinweise sind hier natürlich auch bei ich habe schon mal ein mal gucken ob hier was besonderes bei ist nee nicht wirklich ich habe neulich ein oranges Ei gehabt wo kein deutsches Figürchen drin war zumindest habe ich den Verdacht genaueres kann ich dazu noch nicht sagen die Schlümpfe 2 bestehend aus insgesamt neun Figürchen sechs Schlümpfen und drei nicht Schlümpfen und hier habe ich die Schlumpfine Schlumpfine die hübsche Schlumpfine wurde eigentlich vom bösen Gagame erschaffen um Streit zwischen den Schlümpfen zu stiften zum Glück ging der böse Plan nicht auf denn heute hat schon viele alle Schlümpfe verzaubert und lässt ihre Herzen höher schlagen ja auch diese Schlumpffigur natürlich irgendwie Copyright oder von Peo einmal ranzoomen so das ist sie die Schlumpfine Schlumpfine gefällt mir richtig gut ist total niedlich geworden diese kleine Figur mit den ganzen Haaren mit dem Gesicht dieser Stupsnase gefällt mir richtig gut hier auf der Seite steht Copyright Peo und hier hinten am Popo ist das die Seriennummer keine Ahnung von dieser Figur und ja so sieht sie aus und wie gesagt Schlumpfine ist bei mir als Ganzes erschienen ich weiß nicht ob es da unterschiedlich weil wie gesagt ich habe Schlumpfine ja aus einem orangenen Ei was das zu bedeuten hat weiß ich noch nicht man bekommt ja recht schwer immer irgendwelche Sachen raus über die Figuren und tja gut ich so mal wieder raus das war Schlumpfine und was wollte ich noch sagen genau ein weiteres Video aus der neuen Playlist die ich im Kanal habe die Schlümpfe 2 Kinder Überraschungseier Figuren und ja wenn ihr mehr sehen wollt schaut mir die Playlist da gibt es mehr Schlümpfe und im Kanal alles über Ü-Eier Videos das war's von mir bis zum nächsten Mal Ciao Ciao